Entschuldigung, Entschuldigung, also ich beschwöre mich zwar wirklich nicht leicht, aber hätten Sie eventuell ein anderes Zimmer. Diese Baustelle da vorne, die ist so laut, die ist Wahnsinn. Entschuldigung? Ja, diese Baustelle vorne, ein anderes Zimmer hätte ich gern. Diese Baustelle, dieses Wummern, das geht so richtig durch die Brust. Kennen Sie das? Ah, nix Brust von Natascha, du nix mein Brust. Nein, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, nein, nein, das haben Sie jetzt falsch verstanden, also nicht, dass Ihre Brust jetzt nicht schön ist, aber das wollte die gar nicht, die wollte einfach nur ein anderes Zimmer, die Baustelle ist so laut. Wissen Sie, das machst du richtig, so Bums, 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 Bums. Natascha, nix mit dir Zimmern, Bums, Bums, ich melde den Chef. Nein, um Gottes Willen, ich wollte doch bloß ein anderes Zimmer. Chef! Die eine Nacht wird schon gehen. Geht, das geht los. Ah, danke Gatti. Ist schon recht. War was? Ach, irgendein Geschaftler hat gemeint, er braucht ein neues Zimmer, weil er um sein zu laut war. Aha, und? Ich hab ihn davon überzeugt, dass er kein neues Zimmer braucht. Respekt! Ich putz doch dem nicht zweimal hinterher, das geht ja alles von meiner Zeit ab.